Leute, gestern ging es mal wieder richtig zur Sache hier auf den Kryptomärkten, beeinflusst durch jede Menge News. Nein, nicht nur Bitcoin und andere Kryptowährungen werden in China das 80. Mal verboten für diejenigen, die schon länger dabei sind. Ist es wirklich schon, ich weiß nicht wie auf diese Nachricht schon kam, aber es ist wieder Panikmache aus meiner Sicht. Es kam zum Ausverkauf plus Binance stellt letztendlich sein Future Trading auch für Bestandskunden jetzt ein. Das heißt, wir können keine neue Position mehr eröffnen. Ich werde euch weitere Plattformen vorstellen und wir gehen natürlich auch auf unsere Trades ein. Ich hatte es gestern nochmal gesagt, hey, Trade Management, das A und O, sichert eure Profite hier oben ab, setzt euren Stop-Loss auf Break-Even. Alles richtig gemacht, all das erfahrt ihr in diesem Video Step-by-Step und von daher lasst uns keine Zeit verschwinden. Let's get started. Yes und damit hallo und herzlich willkommen hier zum täglichen Update Video auf der Crypto Wall Street. Dein Kanal für brandaktuelle Analysen und News zu Bitcoin, Ethereum und Co. Mein Name ist Mo, ich freue mich, dass du heute wieder am Start bist und wir schauen mal direkt in die letzten 24 Stunden rein. Freunde, was ist passiert? Wir gucken es uns an. Hey, Bitcoin mit minus 3%, Ethereum mit minus 4%, letztendlich alle Kryptowährungen schon wieder wurden. Gut gemacht, nachdem es zum Ausverkauf kam, durch die China News und da werden wir natürlich auch Step-by-Step drauf eingehen. Cardano sehen wir sogar mit einem massiven Bounceback mittlerweile schon, plus 4% Gain, 2,37. Letztendlich Binance mit 3,8% Verlust, Ripple mit 2,8% Verlust, Solana mit leichten Verlusten, Polkadot mit leichten Verlusten. Und der Markt hat sich schon wieder ein bisschen recovered. Aber Freunde, ey, es ist echt wild, was hier, sage ich mal, gestern passiert ist. Jede Menge News wurden gedroppt und von daher gehen wir heute den, ja, gehen wir das Video ein bisschen anders an. Wir gucken uns erstmal die News an. Wir arbeiten das Ganze auf, sowohl China als auch Binance, um dann letzten Endes die Preisbewegung im Chart zu analysieren. Und von daher, wenn dir dieser Content auf diesem Kanal gefallen, wenn dir die Analysen und, sag ich mal, die News gefallen, die ich dir mit euch teile, Smash the Like Button, abonniere diesen Kanal, werde Teil dieser geilen Community hier. Wir wachsen täglich, schnellst wachsende Trading und Krypto Community hier auf YouTube. Und von daher, lasst uns keine Zeit verschwenden, wir steppen direkt in die ersten News rein. Genau wie 2017 ist es so. Wir sehen es, Cointelegraph teilt hier die News. Angebliches Bitcoin-Verbot ruft Erinnerung an Rekordlauf wach. Hey, Freunde, wir haben es schon so oft gehört. Und letzten Endes sind es, sage ich mal, gar keine neuen News. Nein, diese Regulierungen, dieses Krypto-Verbot in China besteht schon eine Langeweile. Mittlerweile seit vier Jahren, meine ich sogar schon, steht auch hier in dem Artikel. Letztendlich ist durch diese Schreckensmeldung der Kurs fast auf 40.000 US-Dollar abgerutscht. Und letztendlich, sage ich mal, auf sogar Bitstamp hier auf ein mehrtagiges Tief geschlittert. Und diese Nachrichten, wie es jetzt hier schon steht, hatte ich eben schon erwähnt, sind letztendlich nur um die ohnehin schon bestehenden Regulierungsvorgaben der chinesischen Zentralbank. Aber jetzt kommt das Positive. Es war genau wie in 2017. Auch da kam im September das Verbot für Bitcoin in China, hatte den Abwärtsstrudel hervorgerufen. Und wir sehen es, John Jatoshi Wick sagt es, hey, in 2017 ist Bitcoin auch damals über 30% gefallen. Und danach hat Bitcoin zu dem massiven Uprun angesetzt. Full Recovery in ein paar Wochen. Und von daher, Freunde, das ist wirklich wieder nur Panikmache. Und diese, sage ich mal, unerfahrenen kleinen Anleger, die jetzt, sage ich mal, alle drin sind seit, was weiß ich, 2020, Ende 2020, dem Hype, wo er gestartet hat, die kriegen natürlich zittrige Hände. Ich muss schon darüber lachen, weil ich kann es nicht mal ernst nehmen. Und deswegen lasst euch hier nicht verwirren. Nein, für mich sind es letzten Endes, sage ich mal. Es ist eine leere Bewegung, die wir hier gleich auch im Chart sehen werden. Und von daher, ja, nehmt es nicht zu ernst. Bleibt locker und wir steppen in die nächste News rein. Hier kommen die nächsten Breaking News, Freunde. Ich war sehr, sehr verdutzt, als ich gestern diese E-Mail bekommen habe. Binance setzt Frist für Derivate-Stop in Deutschland. Hey, es ist schon lange bekannt, dass Binance unter sehr starken Regularien mittlerweile steht, ist die größte Kryptobörse der Welt. Natürlich die größten, ziehen letzten Endes alle Blicke auf sich und dann natürlich auch die der Politik und der Regulatoren. Und von daher war es bereits intakt, dass Neukunden bei Binance kein Future Trading mehr hier in Deutschland betreiben konnten. Und letztendlich hat es jetzt auch die Bestandskunden erreicht. Ich habe gestern die E-Mail bekommen, hey Mo, du kannst mittlerweile keine neuen Future-Positionen eröffnen. Das heißt, du kannst deine laufenden Positionen, deine Futures weiterlaufen lassen. Ich habe, oder wir haben eine Frist bekommen von 90 Tagen bis zum 23. Dezember 2021. Müssen wir diese Positionen auflösen, verkleinern. Aber hey, wir können keine größeren Positionen mehr eröffnen. Wir können nicht nachlegen, wir können keine neuen Positionen eröffnen. Aber wir haben die Möglichkeit, wenn du laufende Positionen hast und kurz vor Liquidierung steht, kannst du nochmal aufstocken, um diese Liquidierung zu vermeiden. Ich hoffe, das ist nicht der Fall bei dir, denn ansonsten hast du jede Menge falsch gemacht. Aber letztendlich ist es so, hey, wir können jetzt letzten Endes keine neuen Future-Positionen mehr auf Binance eröffnen. Ich selber bleibe bei Spot Trading bei Binance. Warum? Einfach, ja, einfache Begründung. Am meisten Kryptowährungen, die da draußen sind, werden auf Binance gehandelt und die Kostenstruktur ist sehr, sehr günstig. Letztendlich ist es aber so, hey, Futures kann ich da jetzt nicht mehr traden. Ich suche mir bzw. uns eine neue Plattform, wo wir das letzten Endes traden werden. Adressen sind unter anderem, die ich, sage ich mal, aktuell vergleiche, Bybit, Femix und FTX. Und von daher, wenn ich, sage ich mal, mich entschlossen habe, wohin ich wechseln werde, werde ich euch definitiv ein Ping geben und werde euch dazu ein Update geben. Jetzt schauen wir uns natürlich an, was hat das in den Charts ausgelöst aus der technischen Sicht. Und vorab nochmal kurzer Hinweis, Freunde, morgen 17 Uhr, 17 bis 18 Uhr gehe ich live hier auf YouTube. Markier es dir rot in den Kalender, morgen wird es wild. Warum? Weil wir alle Charts live auseinandernehmen werden. Ihr habt es euch gewünscht. Ihr wolltet einen Livestream sehen. Ihr habt es euch gewünscht. Hey, jede Menge Altcoin-Analysen. Die Liste ist lang. Ich kann nochmal kurz aufzählen. Quant, Helium, Ripple, Dot, TXL, Gala, XTZ, BTT, Litecoin, Cardano, VeChain, Quant, Elrond, Solana, etc., etc. All diese Charts gehen wir morgen Step-by-Step durch, gemeinsam. Und von daher freue ich mich, jeden Einzelnen auch morgen mal live begrüßen zu dürfen. Und wenn du weitere Analysen hast, schreib es mir gerne in die Kommentare. Und jetzt steppen wir mal in den Bitcoin-Chart rein, was ist passiert. Wir sind gestern da Step-by-Step durchgegangen. Wir haben einfach mal wieder Trade-Management von Perfektion bewiesen. Warum? Weil wir letzten Endes gesagt haben, hey, hier ist, sag ich mal, unser erstes Take-Profit-Target. Hier sollten wir unseren Trade auf Break-Even ziehen. Das gleiche in Ethereum. Hier ist unser Take-Profit-Target pip genau abgearbeitet. Hier ziehen wir auf Break-Even. Und was ist letzten Endes passiert durch die China-News? Boom. Panikverkäufe. Junge Anleger, die, sag ich mal, dieses Verbot jetzt zum ersten Mal hören, werden zittrig. Ich lache nur noch drüber. Ich kann die Chinesen in diesem Fall, sorry, kein Angriff gegen irgendwelche Asiaten. Oder hier in diesem Fall Chinesen, falls du zuguckst und aus China kommst, kein Angriff gegen dich. Aber ich kann die chinesische Regierung nicht mehr ernst nehmen. Sorry. Also, schauen wir uns an. Wir wurden letztendlich Break-Even ausgestoppt. Gar kein Problem. Wir haben Profite gesichert. Jetzt ist es natürlich so, wie geht es weiter? Hey, in diesem Fall hatten wir auch gestern Step-by-Step über diese bärischen Szenarien, sowohl in Ethereum als auch in Bitcoin gesprochen. Sind weiterhin aktiv. Und von daher dürfen wir die nicht außer Acht lassen. Ja, Ziellevel dieser bärischen Sequenz sind hier unterhalb unseres übergeordneten Kaufbereichs bei knapp 32.700. Nichtsdestotrotz hatte ich auch immer wieder gesagt, hey, dieses Szenario ist für mich, sag ich mal, nebensächlich. Warum? Weil es, sag ich mal, untergeordnetes Szenario ist. Übergeordnet haben wir hier natürlich unseren Kaufbereich. Und von daher stellt er für mich einen höheren Stellenwert A dar. Ja, und was ich mir jetzt vorstellen kann, hey, wenn dieses, sag ich mal, Preislevel von hier nicht ausgereicht hat, um den Markt weiter hochzudrücken und dieses bärische Level zu zerstören, sowohl in Bitcoin als auch Ethereum, kann es durchaus sein, dass wir einfach nochmal ein attraktives Preislevel anlaufen müssen. Und dieses attraktivere Preislevel, ich zeichne euch kurz ein, Freunde, ist einer unserer nächsten Kauftargets. Nämlich die 61.8. Wir wurden an der 559er schon abgeholt. Das nächste interessante, sag ich mal, Kauf- oder Preislevel ist die 61.8 hier bei knapp 38.000. Wir schauen uns das natürlich auch in Ethereum an. Dieses nächst interessantere Level stellt bei Ethereum ebenfalls die 61.8 dar, was hier bei knapp 2.600 liegt. Und von daher kann es durchaus sein, Freunde, dass wir hier nochmal, sag ich mal, ein lower low im Markt darstellen müssen, um letzten Endes hier vielleicht die letzten Käufer abholen zu können, um dann den nächsten Upmove zu starten. Und von daher, Freunde, halten wir die Füße still. Wir sind geduldig. Wir traden hier rational, nicht emotional. Wir machen hier Gains. Wir sind hier, sag ich mal, da, um Profite zu machen. Wenn du Profite liebst hier an den Kryptomärkten, folg dem Kanal bzw. abonniere diesen Kanal. Folge den Live-Trades, die ich immer mit euch teile. Wir haben schon jede Menge Profits gemeinsam hier erwirtschaftet. Werdet ihr letzten Endes auch von der Community bestätigt bekommen. Also, das heißt, letztendlich hier Füße stillhalten. Wie gehen wir fort? Wir müssen letztendlich, sag ich mal, aus meiner Sicht jetzt erstmal dieses bärische Szenario brechen. Wir müssen dieses Level hier durchbrechen, um uns dann, sag ich mal, einen Re-Entry in dem nächsten Bullen-Level zu suchen. Oder der Markt läuft folgendes an. Wir gehen hier bei. Also, das ist, sag ich mal, der aktuelle Fahrplan für den heutigen Tag, für bis morgen. Bis wir uns morgen früh natürlich wiedersehen, Freunde. Und dann natürlich morgen Abend, 17 Uhr, der Livestream. Ich freue mich schon mega drauf. Und wenn dir das heutige Video gefallen hat, wenn dir der Content hier auf diesem Kanal gefällt, smash the Like-Button. Abonniere diesen Kanal. Werde Teil der geilen Community hier. Und ganz, ganz wichtig, aktiviere die Glocke, damit du keiner dieser wichtigen News mehr verpasst. Und Freunde, für mich geht es heute wieder mal auf dem Fußballplatz. Wir haben ein Heimspiel gegen Gifhorn. Ja, und danach machen wir uns einen schönen Abend mit der Mannschaft. Es geht in die City in Hannover. Poppen wir die ein oder andere Bottle auf, ja, auf Englisch gesagt. Lass uns uns gut gehen. Und wenn du das nicht verpassen willst, folg mir auch gerne auf Instagram. Tag kommt rein. Und ja, jetzt wünsche ich euch erstmal einen wunderschönen Samstag, wunderschönes Wochenende. Wir hören uns, wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.